Ja, er guckt in die Kiste. Ja, Mann! Komm, erst gleich noch... Ja, Junge! Zerberstet. Hey, Leute! Hier ist der TKW von Multiplayer! Und ich sollte nicht singen, denn das hört sich scheiße an! Okay, ja, heute am Montag PvP oder halt Minigame oder so. Und diesmal einfach nur ganz normal eine Runde Survival Games. Ja, der David ist heute leider nicht dabei, weil wir gestern am Sonntag es nicht geschafft haben, eine gescheite Runde aufzunehmen. Ja, die Map ist okay. Ja, ich mag sie nicht wirklich, aber ich hatte davor schon zwei Runden probiert. Und die Maps, die hasse ich wirklich wie die Sau. Und da ist die hier schon echt besser. Ähm, jo! Oh! Ich weiß gar nicht, was ist das eigentlich da mit dem Feuer da? Ich hab echt das Gefühl, dass hier bei manchen Maps gegrieft wurde. Ich weiß überhaupt nicht, ob das wirklich beabsichtigt ist oder... das Briefing war. Hm. Habe ich mich echt jedes Mal gefragt, als ich diese Map gespielt habe. Ja. Ähm, genau, der David ist nicht dabei, weil wir es gestern am Sonntag nicht mehr geschafft haben, eine gescheite Runde aufzunehmen. Also, eine gescheite Runde aufzunehmen, weil wir es einfach nicht drauf haben. Ja, also... Komm, bitte. Ja, ein Holzschwert immerhin schon mal. Komm, drauf. Komm. Einfach weg. Komm, ich brauch' deine Waffe. Äh, dein... Nein! Ah, ich brenne! Egal, egal. Das ist uns jetzt egal, egal. So, jetzt weg hier. Boah, nein, hör doch auf zu brennen jetzt! Bam, wir haben einen Diamanten! Läuft! Ich reg' mich echt jedes Mal darüber auf, wenn ich so sofort am Spawn gekillt werde, aber mach's trotzdem selber immer wieder. Ja, ja, so ist das nun mal. Nie ist jemand mit irgendwas zufrieden. Wartete Menschheit von heute. Ja, also die Runde fängt jetzt echt schon mal besser an, nicht so wie der ganze andere Müll, den ich da jetzt bis jetzt versucht hatte aufzunehmen. Ähm, so, was haben wir denn hier so... Ist ja nicht wirklich überwältigend, aber auch nicht unbedingt schlecht. Steinschwert wär' jetzt natürlich echt mega! Da! Ja, komm bitte! Ach, schon leer, leck mich! Ja, dann ist das Haus hier wahrscheinlich auch schon gelootet. Und, nein, ist es nicht. Na dann. Und, ja, ist ja alles gut. Hmmm! Ich weiß nur leider nicht, wo hier diese ganzen Kisten sind... Da. Ach, ist... Warte. Mal den Cookie. Hab ich doch. Ich hasse es einfach. Vier, vier. Oh, oh. Alter, hat mich das gerade erschreckt. Falls man das jetzt auf der Auchen nicht gehört hat, ist das gerade eine Tür aufgegangen. Boah, läuft. Aber so wat von. So, dann die Pfeile mal dahin. Ja, okay, hier scheint keine mehr zu sein. Keine Kiste. Da geht's raus. Oh, es geht nach runter. Okay. Boah, ich hab einfach so Angst, dass von hinten einer kommt. Oh, da sind Werke kommen. Ja, ja, ich und mein Ort sind zu hoffen. Oh, da hat ein Steinschwert. Komm, gehen wir drauf. Ich werde das eh failen. Aber egal. Ja, er guckt in die Kiste. Ja, Mann. Komm, er ist gleich noch... Ja, Junge. Zerberstet. Hat uns nicht mal Schaden gemacht, der Junge da. So, jetzt schnell in irgendein Haus rein und irgendwo verstecken, dass ich mich equippen kann, dass keiner von hinten kommen kann. Oh, mein Herz gerade, Alter. So, er hat aber kein Dier dabei. Oh, da ist noch eine Kiste. Schön, schön. So. Boah, das war echt nice gemacht. Ja, der hat einen Bogen. Ja, der hat einen Bogen. Das ist natürlich auch wundervoll. Pfeile haben wir auch. Acht Stück. Ja, läuft, würde ich mal sagen. Ne? So, und ich wette, jetzt haben wir kein bisschen Feindkontakt mehr. Bis zum Deathmatch. Das ist nämlich bei mir irgendwie immer so. Ich frage mich echt jedes Mal, wenn ich so eine Runde von zum Beispiel Ungespielten sehe oder so. Keine Ahnung von wem halt. Ähm. Da haben die irgendwie dauerhaft immer... Oh, oh, hab ich mich erschreckt, Alter. Ist draußen einfach. Na ja, da braucht uns ja... Äh, das braucht uns ja nicht zu interessieren, denn wir sind hier drinnen. Und da kann ja uns gar nichts. Na, ich glaube, das ist echt das erste Mal, dass ich in der Runde am gleichen Tag oder halt irgendein Video... Oh, ich habe so Angst, wenn ich auf eine Druckplatte gehe irgendwo. Nachher ist das eine Falle. Ne, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, das erste Mal wirklich, dass ich am selben Tag, wo ich irgendwas aufnehme, was man auch hochlade. Wie gesagt, ich habe halt ein wundervolles Internet, ne? Also, mit so einer, äh, 2K-Leitung kann man nicht am gleichen Tag aufnehmen und hochladen. Aber ich hoffe, dass das jetzt hier anders ist und ich das wirklich noch heute hochgeladen kriege. So. Jetzt wollen wir hier mal ein paar... Ach, da ist ein Fenster. Wo geht's denn hier raus? Da geht's doch raus. So. Sechs Leute noch übrig. Zwei Stück bis zum Deathmatch und das reicht mir, dass ich die Runde nehme. Däm. Ja, okay, ich schätze mal, das wird so... Ach, da ist einer. Den holen wir uns. Au, 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 das sieht nicht... Nein, nein, leck mich. Nein. Oh, au, nein, zwei Herzen. Er brennt. Ja, Mann. Komm, Alter, komm. Einfach essen. Boah, Alter, ich muss recken. Ich geh jetzt irgendwo rein und reck einfach nur noch. Denn es ist Deathmatch und... Und dann muss ich voll gereckt sein. Oh, nein, da ist ein Arm. Nein! Ich werd... Was denn? Och, Mann, Alter. Okay, ich würd sagen, schauen wir uns noch das Deathmatch an. Ist denn 30 Punkte verloren, Alter. Hallo, ich will da jetzt rein. Warte, wer... Okay, der hat ein Diaschwert, hätte ich eh keine Chance gegen gehabt. Mit meiner Rüstung und so. Der ist gar nicht mal so schlecht equipped. Und der hier... Oh, das war der mit dem Diaschwert, okay. Ne, okay, zwei die... Okay, dann wird der, der mich gekillt hat, auch keine Chance haben hier. Das find ich natürlich wundervoll. So. Ähm, ich schätze auf... Auf wen schätze ich denn? Auf den anderen hier. Auf den hier, genau. Ich wette auf den. Auf den hier, auf den ich gesetzt habe, ja. Kommt, hm. Boah, ich hasse andere Typen so derbe, Alter. Das glaubt er gar nicht. Ich hasse solche... Solche Leute, die einen dann so auf Distanz halten und dann doch irgendwann keine Chance mehr haben. Weil man sie dann doch fertig macht. Weil man doch ab und zu mal drankommt, ne? Ach, komm, das bringt doch nix. Geld, der ist drauf, Junge. Du wirst ein Diaschwert kommen. Och, hilf halt ehrlich jetzt. Ja, genau. Jetzt einfach drauf, Junge. Ich hatte mal ne Runde. Da bin ich hier immer... Da war ich sehr lowlife. Und... Also ein Tipp von mir. Wenn ihr nur noch einen Gegner habt, dann müsst ihr immer den Gegner so ein bisschen ärgern, ja. Und da könnt ihr auch gleichzeitig bei Regen, indem ihr immer hier um den Baum rumlauft. So, dass der andere immer auf der anderen Seite ist. Der kann echt nix machen. Das ist so derbe geil. So, da kann man richtig gut... Kann man regnen. Das hab ich ja immer gemacht. Da hab ich einen mit nem Diaschwert festgemacht. Das ist nur ein Stein. Ich wär gerade... Okay, ich bin wirklich super. Ich weiß, danke. Danke für die Komplimente. Und mein Tipp hat natürlich mal wieder gestimmt, weil ich einfach the best around bin, ja. Und... Ja, würde ich einfach mal sagen... Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, ja, ich muss jetzt... Also, ich kann nicht noch ne Runde dranhängen, weil es sonst viel zu lang wird. Ähm... Zehn Minuten. Es könnte tatsächlich noch klappen, dass es heute noch hochkommt. Wenn nicht, dann tut's mir echt leid. Dann seht ihr das am Dienstag. Das werdet ihr ja dann auch wissen, ja. Und... Dann... Würde ich einfach mal sagen... Unten könnt ihr abonnieren. Wenn's euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und... Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute.